Ja, da folgt mir wieder Arach. Da habe ich noch mehr Truppen. Die Rune befiehlt. Wird sofort ausgeführt. Auf dem Weg. Freund? Schaff die Leute durch das Portal. Sie werden bald hier sein. Halte sie fern, solange du kannst. Die Elfen der Garnison werden dich unterstützen. Der Drakon kocht vor Wut. Mach dich auf einen harten Kampf gefasst. Ja, dann holen wir uns mal hier den Seelenstein. Oh, da habe ich noch mehr Soldaten. Und ja, der Drakon kommt direkt. Mir nach. Hier in diesem Dörfchen ist nichts mehr für uns zu holen. Ich hätte jetzt gedacht, das Portal wäre dort oben, aber ist es nicht. Hm, der imperiale Beschwörer. Den würde ich gerne noch irgendwie plündern. Die meisten Truppen des Drakon stehen noch hierher. Und kleiner Trupp folgt mir. Verteige ich die Garnison, wenn wir die Flüchtlinge zum Portal gebracht werden. War vielleicht ein Fehler, in die Tierrichtung zu laufen. Ja. Ah ja, der Drakon beschäftigt sich eh erst mal mit den Türmen hier. Und da ist das Portal nach Tirkan nach. Auf meinen Befehl. Schnell. Sofort. Da spawnen sogar auch wieder neue Gegner. Nicht ganz so toll. Los, weiter! Lasst Zarachs Flammen sie verzehren! Auf dem Weg! Los, weiter! Los geht's! Lasst die Flendrechen! Oh, die Flüchtlinge. Was wünscht die Rune? Für das Licht! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall auf dem Weg. Auf dem Weg. So, das war der letzte Flüchtling, oder? Ja, die Sohn ist gefallen. Oh, hi. Den Draco lassen wir nicht am Leben. So. Oh, der hat eine Hexer-Rune, eine Schädel-Münze. Und ein paar andere tolle Sachen. Quest-Buch wurde aktualisiert. Die Schlacht in Frostweiss zu Ende. Nun gilt es noch, sich zu retten. Durchquert das Portal nach Tirganda. Hier. Gut, wir hätten hier eine Truppe. Okay. Ja, die rennen. Da habe ich eine Truhe übersehen. Ja, ich will auf jeden Fall den Beschwörer. Und ich will gucken, was in der Truhe drin ist. Ich frage mich gerade, wohin die zurückgerannt kommen. Äh, grenzfeste Winterwehr. Das war nämlich damals bei mir beim ersten Mal so eine Kurzschlussreaktion. Der Draco, Drakon, Arach ist direkt vor mir aufgetaucht. Und ich dachte nur, ich renne jetzt schnell durch dieses Portal und bin weg. Und ah, Panik. Ich habe nicht wirklich darauf geachtet, was die Truppen nachher machen, wenn er tot ist. Das hat sich sogar ge... Ne, ich habe schon Zauber der Zone... Äh, Zauber der... Äh, Heilungzone 3. Erzthaft. Sie besetzen ein Monument. Kann ich mich mal ganz kurz umsehen? Ein Monument wird angegriffen. Also ja, äh... Gut, ich kann zu dem Ding hier mich zurückziehen. Nur nicht nach Miratour. Stehe bereit. Zurück. Kann die da noch ausschalten? Nein. Na, entweder sind sie direkt hinter mir her. Was ich einfach mal nicht hoffe. Oder sie gehen zum Startbordteil zurück. Zu Befehl. Wird sofort ausgeführt. Na, die stehen hier noch fröhlich beim Elfenportal. Oh, Tatsache, die rennen wirklich jetzt hier zum Portal zurück. Nicht nur das, sie verkrümeln sich sogar. So, letzte Position bitte. Auch wenn davon nicht mehr viel übrig ist. Da sage ich nicht nein dazu. Vor allem Stufe 6 Heitzauber. Gut, das heißt, ich kann irgendwann, wenn ich ein höheres Level habe, hier zurückkommen und alles säubern. Äh, Säuber. Hm. Ja, wäre praktisch. So, noch eine Rune, mit der ich nix anfangen kann. Die Schlüsselbewahrerin, die auch nix mehr für mich tun kann. Na dann. Durch das Portal. Nach Tirkanach. Durch das Portal. Bringt die Flüchtlinge in die Stadt. Hm. Oh, ich habe auch hier eine kleine Truppe. Eiselfen. Brauche ich mit denen mir erst mal da oben die paar Skelette wegmachen sollte. Auf mein Kommando. Ja. Und los. Warum nicht? Tag. Greift ihr mich an? Dann halte Senna. Ja. Auf mein Kommando. Oh, ich habe mich an, 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 ich habe mich an Und ja, es sind mal wieder Untote. Priesterruhne, Heilung. Dazu sag ich auch schon mal nicht. Nein. So, Level Up. Die zwei, das da und die beiden. So, was können wir dir in die Hand drücken? Was kannst du denn? Hauptsächlich Heilung. Haben wir ein Schild, was du tragen kannst? Ja, minus 5 Weisheit durch das Mondschild. Ernsthaft.